Und das ist jetzt ja ganz schön weit, ne? Oder? Ach schon mal, hier stehen auch überall Kisten rum. Fast sehr wenigstens. So, Bruno Flammenhämmer, da ist ein riesen fetter roter Pfeil auf dem, den müssen wir auf jeden Fall umhauen. Ja, dann machen wir das mal. Und die helfen jetzt die ganze Zeit. Genau, die machen jetzt zwar nicht so viel Schaden, aber es ist trotzdem ein bisschen was, was sie machen. Mhm. So, verprügelt. Hier schon der nächste, ach ja, hier stehen ja viele Ersatzdinge rum. Brauchst du denn noch? Ähm, ich brauch noch vier. Dann sammel du mal. So. Au, was kann derf ich geworfen? Hehehe. So, auch verprügelt. Recht. Was er mal auch gemacht hat, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Das hab ich nicht gelesen. Ich hab nur gelesen, dass ich verprügeln soll. Das reicht ja meistens auch. Ja. Mehr Informationen sind nicht... Ich weiß nicht, ob man hier drüber kommt. Ich glaub ja eigentlich nicht. Nee. Hehehe. Ich stecke fest, hier kommt man nicht durch. Was höre ich da, eine Party? Mich hat keiner eingeladen. Ach, schon sehr dreckig hier, ne? Mhm. Bisschen schmuddelig, definitiv. Ja. Miss, miss. Hehehe. So. Ich glaub die, ähm, ja den, die Ersatzteile hab ich jetzt fertig. Jo, ich auch. Gut. Da ist der letzte. Frankie Gangschalter. So. Dann... Wollen wir erstens noch zur Bank gehen, weil wir jetzt da gerade so nah sind? Ja. Würde ich sagen, ne? Bin ich jetzt nur überfragt, wie wir da hochkommen. Ähm. Da drüben. Ja. Müssen wir die Straße lang, denk ich. Äh. Ab durchs Dreckwasser. Ich bin drüber gesprungen. Ja, ich hab gesehen. Ja, das ist ganz cool. Schade, dass das ne... Warte mal, ich pack mal meinen. Oh, wird aus. Uah. Wuhu. Okay, warte mal. Lass uns einfach schauen, wo ich hin muss. Ja, doch, das ist richtig hier. Gut. Okay. Okay, warte mal. Da lang, ne? Ja. Da lang, ne? Irgendwo da unten jetzt. Hier? Ja, hier ist die Bank. War noch ein Dollarzeichen aus. Ja. Die ganze Schlange hier. Ja, ähm. Hui. Wollen aber viele zur Bank. Ja. Habe ich euch nicht zu irgendwo gesehen? Ähm. Kauft strahlende Klunker von Geppi Silberzahn, ein hippes neues Outfit von Zabo und eine coole Sonnenbrille von Missa Speckis in der Gaunergasse. Okay. Okay. Uah. Was? Was? Hh. 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 Wollen die ganze Leute laufen und schubsen? Okay, wo ist denn die Gaunergasse da? Hh. 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 Oh, ich fahr überall gegen. Haha. Ah, hier ist ein roter Pfeil. Hh. Hh. Das beste Hippie-Neue-Outfit hier. Genau. So, das haben wir. Dann hier. Sonnenbrille. Äh. Auf der anderen Seite jetzt. Ich hab mich verfahren. Hiiii. Gehen wir aus dem Weg. Ups, sorry. Bin ja schon weg. Ah, ich bin voll reingefahren. Ich meinte eigentlich jemand anders. Ja, ja. So. So. Und dann geht's ab zu den Schreddern, würde ich sagen. Genau. Wiu. Honk, honk. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Gerät, aber du dampfst ganz schön. Ja, also, um welch. Voll am Rungusen. Ist das jetzt nicht so prickelnd hier, das Ganze. Hoppla, jetzt bin ich bald dran vorbeigefahren. Geht euch vernünftig. So. Benutzt den Bild... Bildgewasserbukanier und werft die Fußbombe auf acht Dampfdruckhaie. Okay. Und das machen wir wo? Ach, hier. Das ist hier. Genau. Dann müssen wir mal hier einsteigen. Dann, äh... Ja, einfach werfen. Okay, einfach die Dinger da umhauen. Medizimbett. Ja. Ja. So, erledigt. Auch schon fertig? Ich seh das grad gar nicht. Nee. Dann kann man direkt abgeben. Und dann... Schießt das Siegertor, indem ihr die Fußbombe zwischen die beiden Schornsteine hinter dem gegnerischen Tor schießt. Okay. Ah, mein Viech ist weg. Äh... Äh... Das ist grad irgendwie verbackt bei mir. Ja, das scheint bei mir auch verbackt zu sein. Bin mir aber nicht sicher. Nee, ich hab fertig getroffen. Mein Viech ist weg. Warte mal, ich muss mal kurz die Quest abnehmen. Ah, Deathwing! Okay. 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 Äh... Okay. Äh... Mein Ding ist verbackt. Ist ein Mist. Das ist ja übel. Ich setz mich mal hier auf die Tribüne und guck dir zu. Ja, warte mal. Jetzt, glaube ich, hat's funktioniert. Guck mal. Ach, ja. Ach ja, okay. Man kann das Video nicht abbrechen. Warte. Nee. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich schon in der gleichen Dimension bin wie du. Ah ja, da sehe ich dich. So, was haben wir denn da? Neue Brust. Oh, Level 3. GZ. Oder? Ja, Level 3. GZ. Dankeschön. So, sprecht mit Sessi Harzang im Hauptgeschäftsitz der HGK. Genau. Dann können wir auch passend gleich unsere Dingsquest machen. Unsere Klassenquest. Genau. Passend. Aber so schön passt das dann alles, wenn man das ohne die ground-gebundenen Gegenstände macht. Ja. Stimmt. Nein! Ich bin nicht hingelieben. Genau in meinem Spurt. Ja, ich auch. Genau in der gleichen Stelle. Okay. So, dann versuche ich jetzt mich mal den Trainingsattrappen hier. Was sind die denn? Ach, da. Okay. Was musste ich noch machen? Frostshop, glaube ich. Ja. Fertig. Du hast ja auch nur ein paar getroffen, auf einmal. Also quasi alle. Ja. So, Frostnova. Oh, wir enden. So, alle Glyphen und so weiter. Brauchen wir nicht. Ähm, dann. Mal da rein. Was ist das eigentlich? Schaden. Ja, was wollt ihr? Macht bloß keine Dummheiten. Wenn ihr es hier schafft, schafft ihr es. Kann ich euch bitte was helfen? Ähm, was kriegen wir denn? Ach, benötigte Gegenstände. Achso. Macht bloß keine Dummheiten. Uh. Schau mich mal an, bitte. Sehr sexy. Ja, nicht schlecht. Warum hab ich das nicht an? Sicher gleich, wenn du die Quest abgibst. Die hab ich schon abgegeben. Wir machen das hier auf meine Hand. Ah, jetzt. Jetzt hat man tanzen sollen. Ja, zieht eure großartige Party-Ausstattung an. Begebt euch danach auf die Party am Pool des Hauptgeschäftssitzes. Der Hage-Count unterhaltet zehn kezanische Feiernde. Yay, also jetzt sind wir dann Animationsdamen, ja? Genau. Okay. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Da muss ich gleich mal ein Screenshot von machen. So irgendwie hier draußen. Boah, die Glitzer hat richtig die Brille. Funkel, funkel. Hab ich gar nicht so gesehen. Wo wir das in die Richtung. So ein bisschen Hintergrund haben. Nein. Ach, Mädel. Das war alt Y, ne? Bei mir war es immer Druck, aber... Achso, das... Die Ding weg. Ja, das ist cool. Ja, das glaub ich schon. Gut. Screenshot gemacht. Sehr schön. Das sieht cool aus. Das muss man einfach festhalten. Eigentlich schon, ja. So. Ähm, wir haben jetzt hier unten eine Leiste und da müssen wir jetzt rausfinden, welcher Gast was möchte. Und das siehst du immer, wenn die trinken, dann wollen die was zu trinken. Wenn sie so einen Kracher halten, dann wollen sie Feuerwerk und so. Ja, okay. Wenn sie... Aussehen, als müssten sie gleich spucken, dann musst du ihnen einen Eimer geben. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Tanzen. Sag mal, ähm, ich weiß noch, wo ich die Quest zum ersten Mal gemacht hab und ich das überhaupt nicht gecheckt hab und ich alles durchprobiert hab, weil ich nicht genau hingeguckt hatte. Ja, das glaub ich. Also der sieht aus, als wenn der gleich brechen könnte. Nö. Ach, ich will irgendjemanden, der brechen muss. Gibt's nicht. Die haben so einen Kreisel über dem Kopf. Schade. Warte. Ah, hier, okay. Alles klar. Uuuh. Ja, sehr cool. So, das war's auch schon wieder. Ja, die Quests sind auf jeden Fall anders. Ja, sehr anders. Das gefällt mir aber durchaus. So. Töte zwölf ungeladene Piraten, um eure Karriere zu retten. Okay. Endlich geht's wieder ans Töten. Yay. Wir dürfen töten. Da. Ah, unsere Freunde sind gar nicht mehr bei uns. Stimmt. Wir sind weg. Ja. Ich habe kein Ziel. Verfehlen. Na. Ja. Hier brausen welche in den Shoppern um. Ganz cool ist, glaube ich, obwohl die rot sind, glaube ich, greifen die einen nicht an, wenn man nebendran steht. Also nur wirklich, wenn man sie selber angreift. Ja. Aber das wurde eh sehr vereinfacht. Also auch früher bei den Blutelfen waren ja auch zum Beispiel diese ganzen Geister, also ganz am Anfang, wo man da diesen Turm hoch musste, waren alle rot. Mhm. Jetzt auch gelb, dann kannst du an dir beilaufen. Ja, das war ja eigentlich fast alles rot, ne? Ja. Also ist jetzt ja alles gelb. Ja, die Bäume auch und so. Ja. Da bist du früher echt mal gestorben auch, so. Am Anfang. Stimmt. Wenn du blöd gepullt hattest, dann, ja, warst das. Ja, das stimmt. So, einen noch. Ne, drei noch. Ui. Das ist ja zwölf. Hallum. Ja. Jetzt will ich mir das ausprobieren. Ah. Okay. So. Fertig. Yay. Yay. So. Den Gürtel. Okay. Auch draußen müssen wir jetzt abgeben, oder? Ist das oben? Ja, das ist oben. Gucken wir mal. Oh. Ja, das sieht aber nicht gut aus bei denen. Sprecht mit Ceci Harzang im Hauptgeschäftssitz der HGK. Okay. Also wieder nach unten. Ja, die Wege sind nicht so lang zum Diffen. Ja. Draußen ist das, ne? Ja, jetzt hat sich wieder was verändert. Also ist ein bisschen phasenmäßig geht's hier immer rund. Ja, das finde ich ganz gut. Ich werde nicht fürs Plaudern bezahlt. So bewegt sich wenigstens mal was, sonst bleibt nicht mal alles gleich. So, Slinky. Beschafft euch Maltes Falken, die Mona Goblisa und die ultimative Bombe. Okay. Was haben wir hier noch? Ja, und da ist noch eine. Benutzt den Hot Rod, um zwölf angeheuerte Blünderer umzufahren und sammelt dabei zwölf Einheiten gestohlene Beute. Ja, das ist doch mal cool. Noch eine da hin. Ah, die hätte ich bei einer Wanzi. Mhm. Leute umfahren, das finde ich genial. So, sammelt zwölf Kaya mit Brocken. Okay. Na unten? Ups. Ähm. Bist du nach unten? Hm. Ja, einmal runtergesprungen. Okay. Was sind die... Ja, hier, die hier rumliegen. Sind die Rebellition-Trolle böse. Okay. Okay, wir haben eins auf die Mütze gegeben. Hatten. Und was ist das hier? Das ist glitzert? Achso, die müssen wir in die Luft jagen. Okay. Und dann einsammeln. Alles klar. Gut. Da hab ich die Cola mit Stücken oder so. Oder irgendwie, so heißt das doch. Mhm. Kaya mit Brocken. Das ist so weit entfernt. Verfehlen, verfehlen, das ist echt blöd. Na na na. Danke. Bitte. Ach, das wackelt. Ja, ist ein bisschen unsteht hier. So, ich bin mit den Brocken fertig. Ich brauche noch ein paar. Bist denn du auch da oben? Ich brauche noch einen großen, der aufs Bogen ist. Gar nicht runterspringen müssen. Und wieder raus. Hm, okay. Gut, dann können wir jetzt ja eigentlich fahren, oder? Ja. Möchtest du die Quest gleich abgeben oder erst, wenn wir alle anderen auch haben? Ach, das ist eigentlich egal. Wir sind ja hier, wir können ja eigentlich erst abgeben und gucken, ob wir was Neues bekommen. Nö. Gut, das ist auch okay. Und was ich halt gut finde, also auch an diesen neuen Level-Gebieten, obwohl das jetzt auch nicht mehr ganz so neu ist, aber halt neuer als die alten, ha, ha, ha. Jedenfalls ist es so, dass man nicht irgendwie 10.000 Wege hat, wo man irgendwie zu den Quests kommt. Also es gibt ja dann immer so, oder gab es zumindest früher, dass du irgendwie immer 10 verschiedene Wege hattest und dann hast du immer in andere Gebiete laufen müssen und hast irgendwie da schon ein Quest gekriegt für 5 andere Gebiete. Dann warst du immer so hin und her gerissen. Das stimmt, das ist jetzt schon besser, also übersichtlicher. Hier müssen wir, glaube ich, umfahren. Genau. Hier ist keiner zum Umfahren. Saukram. Ach, jetzt hänge ich an so einem blöden Flamingo fest. Was gegen Flamingos? Nee, aber der stand da so blöd rum. Ich fahr dir alle um. Komm, ich geh mal woanders hin. So, jetzt hab ich auch mal einen umgefahren. Fandst du übrigens auch die Goblins umfahren? Die sind dann aber nicht so froh. Ja, stimmt. Hier ist ja gar keiner mehr zum Umfahren. Sind, glaube ich, auch noch woanders. Warte mal, lass mich mal kurz. Ach ja, noch überall anders. Wir können auch zur Bank kurz fahren. Die ausrauben. Okay. Nebenbei noch ein paar Leute umfahren. Wir sollen die Bank ausrauben? Das ist ja eigentlich nicht nett. Nett sind die Goblins jetzt auch nicht. Wirklich. Yay, ich fahr die über einen Haufen hier. Äh, noch genug. Äh, die Bank ist hier. Äh, die Bank ist hier. Ey. Bis zum nächsten Mal.